Ich lerne Deutsch. J'apprends l'allemand. Nummer 53 Nummer 53 Ich habe Löwenzahn gepflückt. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Ich habe Löwenzahn gepflückt. J'ai cueilli des Pissenlis. Wir trainieren vor unserem Basketballspiel am Donnerstag. Wir trainieren vor unserem Basketballspiel am Donnerstag. Wir trainieren vor unserem Basketballspiel am Donnerstag. Nous nous entraînons avant notre match de basket du Jeudi. Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Je me détends jouant du Ukulele. Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Ma petite soeur a des lunettes de soleil avec un bord rouge. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. 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 Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Ich habe neue Buntstifte bekommen. Ich habe neue Buntstifte bekommen. Ich habe neue Buntstifte bekommen. J'ai reçu de nouveau crayon de couleur. Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du noch einige Würstchen auf den Grill? Möchtest du noch einige Würstchen auf den Grill? Möchtest du noch einige Würstchen auf den Grill? Ich habe die Impfung in meinen linken Oberarm bekommen. J'ai reçu le vaccin dans le haut du bras gauche. Morgens laufe ich an den alten Fabrikgebäuden vorbei. Le matin, je passe devant les anciens bâtiments de l'usine. Heute ist mein erster Tag in der neuen Schule. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans ma nouvelle école. Das ist der neue Laden, von dem ich dir erzählt habe. Das ist der neue Laden, von dem ich dir erzählt habe. C'est le nouveau magasin dont je t'ai parlé. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist mein Bachelorprüfung. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. In zwei Jahren werden wir 18 Jahre alt. Dann machen wir unser Abitur. In zwei Jahren werden wir 18 Jahre alt. Dann machen wir unser Abitur. In zwei Jahren werden wir 18 Jahre alt. Dann machen wir unser Abitur. In zwei Jahren werden wir 18 Jahre alt. Wir werden dann unser Baccalaureat. Ich muss schnell die restlichen Hausaufgaben machen. Ich muss schnell die restlichen Hausaufgaben machen. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Nous nous sommes rencontrés au Jardin d'enfants. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Les Lassets doivent être bien serrés. Les Clubs de golf sont dans deux sacs de golf différents. Ich überlege, mein Studienfach zu wechseln. Ich überlege, mein Studienfach zu wechseln. J'envisage de changer de domaine d'études. Hast du deinen Koffer vergessen? Hast du deinen Koffer vergessen? Hast du deinen Koffer vergessen? Tu as oublié ta valise? Das Spiel beginnt in einer Minute. Das Spiel beginnt in einer Minute. Das Spiel beginnt in einer Minute. Le jeu commence dans une Minute. Je dois me dépêcher, sinon le bus partira sans moi. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Le stade est encore vide. Die Schnürsenkel Glaubst du, das Fleisch ist schon gar? Glaubst du, das Fleisch ist schon gar? Glaubst du, das Fleisch ist schon gar? Tu crois que la viande est déjà cuite? Möchtest du heute Abend mit mir in die bar gehen? Tu veux venir au bar avec moi ce soir? C'est mon nouveau ballon de gymnastique. Je n'aurais jamais pensé que c'était si beau. Quand est-ce que la porte s'ouvre ici? Nous prenons le bus pour visiter les sites touristiques. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Voici maintenant quelques rediffusions des épisodes précédents. Ich esse am liebsten Nudeln. Ich esse am liebsten Nudeln. Ich esse am liebsten Nudeln. Je préfère les pattes. Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Pourquoi as-tu peint ton visage en rouge? Aujourd'hui, c'est mon premier jour de piano. Je viendrai te voir quand j'aurai fini mes devoirs. Ich warte im Café an der Ecke auf dich. Ich warte im Café an der Ecke auf dich. Ich warte im Café an der Ecke auf dich. Je t'attendrai au Café du coin. Tu peux acheter mon armoire jeune pour 500€. Ich komme gleich. Ich muss nur noch eine Schraube befestigen. Ich komme gleich. Ich muss nur noch eine Schraube befestigen. Ich komme gleich. Ich muss nur noch eine Schraube befestigen. J'arrive. Je dois juste fixer une vis. Natürlich kann ich rudern. Ich mache das seit meiner Kindheit. Natürlich kann ich rudern. Ich mache das seit meiner Kindheit. Natürlich kann ich rudern. Ich mache das seit meiner Kindheit. Bien sûr que je serra, mais je le fais depuis mon enfance. Wollen wir ein Wettrennen machen? Wollen wir ein Wettrennen machen? Wollen wir ein Wettrennen machen? On fait la course? Beim Nähen benötige ich viele verschiedene Nähgarnfarben. Beim Nähen benötige ich viele verschiedene Nähgarnfarben. Beim Nähen benötige ich viele verschiedene Nähgarnfarben. Lorsque je coude, j'ai besoin de beaucoup de couleurs de fil à coudre différentes. Hier kann ich mit meinem Kaninchen spielen. Hier kann ich mit meinem Kaninchen spielen. Hier kann ich mit meinem Kaninchen spielen. Ich notiere die Bestellung des Kunden. Ich notiere die Bestellung des Kunden. Ich notiere die Bestellung des Kunden. Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Bettina fixe son Appareil auditif a son Oreille. Der Sonnenhut hat eine breite Krempe. Der Sonnenhut hat eine breite Krempe. Le Chapeau de Soleil y a un bord large. Lilly rechnet aus, ob genug Geld vorhanden ist. Lilly rechnet aus, ob genug Geld vorhanden ist. Lilly rechnet aus, ob genug Geld vorhanden ist. Lilly calcule, s'il y a assez d'argent. Rate mal, was in dem Paket ist. Rate mal, was in dem Paket ist. Rate mal, was in dem Paket ist. Wir haben Essen beim Lieferservice bestellt. 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 Im Observatorium gibt es interessante Geräte. Im Observatorium gibt es interessante Geräte. In dem Observatorium gibt es interessante Geräte. Er viktigt zu sehen beim Lieferservice bestellt. im Rollstuhl. Sie wählt eine Telefonnummer. Elke sitzt im Rollstuhl. Sie wählt eine Telefonnummer. Was soll ich hier mit der Gardine machen? Qu'est-ce que je fais ici avec le Rideau? Auf dem Rasen sind so viele Blätter. Kannst du die Blätter entfernen? Auf dem Rasen sind so viele Blätter. Kannst du die Blätter entfernen? Il y a tellement de feuilles sur la pelouse. Peux-tu enlever ces feuilles? Wir surfen bis die Sonne untergeht. Wir surfen bis die Sonne untergeht. Wir surfen bis die Sonne untergeht. Nous surfons jusqu'au coucher du soleil. Ich habe im Seminar nichts Neues gelernt. Ich habe im Seminar nichts Neues gelernt. Je n'ai rien appris de nouveau au Seminaire. Warum läufst du durch die Blumen? Warum läufst du durch die Blumen? Warum läufst du durch die Blumen? Ich übe für eine Aufführung im Theater. Ich übe für eine Aufführung im Theater. Ich übe für eine Aufführung im Theater. Je m'entraîne pour une représentation au Theater. Ich gebe meinem Kind die Flasche. Ich gebe meinem Kind die Flasche. Je donne le biberon à mon enfant. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann veröffentlichen wir weitere Videos für dich. Ich habe im someen alsollow. Es gibt Dinge und dann zu dürfen. Wir müssen uns alles kurz vor. Deln Nachfrage im Kanal abonnierst, dann schießt das auf das. Ich habe euch gehört. Wir müssen uns hier in die Blumen draufgeist und queren. Wir müssen uns hier in die Blumen draufgeist und die Blumen draufgeist. Wir müssen auch hier weitergehen. Wir müssen eigentlich nicht gerne abonnit werden.